Wie gesagt, im Mai 87, ich fange also ganz von vorne an, wir sind damals in einem Münchner Traditionslokal im Alten Simpel gesessen, also wir, das sind zwei Redakteure von der österreichischen Zeitschrift Wiener und ich und wir haben an diesem Abend beschlossen, ja wir haben das eine oder andere Bier getrunken und haben dann beschlossen, dass wir eine Waldheim-Aktion machen. Wir haben beschlossen, wir rufen den an und zwar nicht als ich als Oswald Fischer, sondern als Franz Josef Strauß. Spätestens jetzt merken Sie, es handelt sich um einen historischen Stoff, weil so blöd ist nicht einmal der Waldheim, dass er auf einem Verstorbenen reinfällt. Und dann haben wir jedenfalls angerufen, wir wählen durch, es meldet sich eine Stimme, ja hier Bundespräsidialamt, da habe ich gesagt, ja grüß Gott, hier ist Franz Josef Strauß, München, kann ich mal den Dr. Waldheim sprechen? Daraufhin sagt er, ja Moment, es wird ruhig, es dauert 60 Sekunden, wahrscheinlich war er gerade in der Bordwahn, man hört im Hintergrund eine Tür und dann hören wir, hallo, grüß Gott, Dr. Waldheim, hier ist Franz Josef Strauß, München. Herr Ministerpräsident, eine Freude, Ihre Stimme zu hören. Ganz meinerseits, Herr Dr. Waldheim, ich rufe Sie privat an und Sie werden sich wahrscheinlich etwas wundern, ich habe Ihre letzten Aktionen im Ausland verfolgt und ich muss Ihnen da wirklich mein großes Kompliment aussprechen und ich habe mir gedacht, dass ich Sie nach Bayern einlade und da wollte ich einmal privat vorfühlen, eine wunderschöne Gelegenheit wäre unser Oktoberfest. Ah, im Oktober. Ja, wie Sie wissen, wir machen jedes Jahr im Oktober einen großen Einzug in der Kutsche und da haben wir immer einen Repräsentanten eines befreundeten Staates dabei, das weiß man nämlich vom Waldheim, dass er zwar einerseits Masse und Pöbel nicht so gern mag, aber andererseits Pferde und Kutschen sehr gern, also in diesem Zusammenhang sei mal darauf hingewiesen, sein Pferd soll ja noch lange vor ihm in die SA eingetreten sein. Aber irgendwo haben wir dann die Idee mit dem Oktoberfest, die fand man dann doch ein bisschen sadistischer und vom komischen Gehalt her halt auch wesentlich effektiver und siehe da, der Kurt windet sich auch und sagt, naja, das ist sehr lieb, dass Sie mich im Auge haben und die Frage ist nur, wie man so etwas mit Bonn abstimmt. Mit Bonn würde ich grundsätzlich gar nichts abstimmen. Aber mit Bonn, mit Bonn müsste man es doch irgendwie abstimmen. Ich werde das intern klären, intern klären werden Sie das machen, soll ich Kontakt nehmen. Ich werde es zunächst selbst besprechen. Sie können natürlich auch selbst Kontakt aufnehmen, also abheben wird man ja schon noch, wenn der österreichische Bundespräsident in Bonn anruft. Leichte Verunsicherung beim Waldheim. Also ich meine, der bayerische Ministerpräsident Dr. Waldheim, einige Dienstjahre habe ich schon auf dem Buckel, der kann sich das schon erlauben. Selbstverständlich, Herr Ministerpräsident. Außerdem haben wir eine persönliche Freundschaft hergestellt anlässlich des Wiener Opernballs und da wurde es mir ein bisschen brenzlig. Und derzeit, ja, ja, da tue ich mich sehr bedanken, also wir werden es vorerst noch vertraulich behandeln. Ja, ja, wir tun es vorerst noch vertraulich behandeln. Ja, gut, vertraulich. Ja, ja, ich auch. Herr Dr. Waldheim, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Danke schön, ich wünsche Ihnen das Gleiche. Und noch etwas, Herr Dr. Waldheim, ich bin Ihr Bewunderer. Das ist sehr lieb, ja. Naja, wir werden es schon durchstehen. Ja, sicher werden wir es durchstehen. Ich meine, das haben schon ganz andere überstanden, Dr. Waldheim, gell? Und jetzt kommt das vom Waldheim, was ihm wirklich anscheinend in Fleisch und Blut übergegangen ist. Folgendes Zitat. Wir haben ein reines Gewissen. Und wir wissen, dass wir nichts Falsches oder Schlechtes getan haben. Und dieses reine Gewissen hilft mir auch manchmal über diese, manchmal ja wirklich unerträglichen Verleumdungen hinwegzukommen. Aber es war lieb, dass Sie angerufen haben. Und ich danke Ihnen sehr herzlich. Wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung, weiterhin in Kontakt. Und ich wünsche Ihnen sehr viel Kraft, Herr Bundespräsident. Danke, danke, sehr herzlich. Auf Wiedersehen, Herr Bundespräsident. Einen schönen Sonntag. Einen schönen Sonntag. Und also zwei Monate lang konnte sich dann der Waldheim, nachdem dieses Gespräch nach 20 Minuten abgebrochen war, konnte sich der Waldheim zwei Monate lang auf dieses große Ereignis freuen. Und dann wurde aber, wie gesagt, zwei Monate später dieses Gespräch im österreichischen Wiener veröffentlicht. In der September-Ausgabe. Die Münchner TZ brachte mit einer Schlagzeile das Ganze ins Rollen. Innerhalb der folgenden Woche erschienen über diese Aktionen in allen, allein in Deutschland, circa 500 Presseveröffentlichungen. Waldheim selber ließ entsetzt reagieren. Es sei ihm wahnsinnig peinlich. Und er sei entsetzt von einem deutschen Kabarettisten gelegt worden zu sein. Also gelegt ist österreichisch. Und er sei mit Methoden, hat er verlauten lassen, er sei mit Methoden des kriminellen Kabaretts gelegt worden. Also diese K&K-Methoden.